Guten Tag, guten Tag, kommen Sie rein, können ja nix dafür, muss ja wohl so sein. Schauen Sie hier, schauen Sie dort, schauen Sie da, ist ja irgendwie der Sinn einer Razzia. Im Regal und am Tisch und auf dem Schlank, in der Abstellkammer oder in der Küche. Haben Sie irgendwas gefunden, sagen Sie hier, was das sein kann, das erfahren Sie dann von mir. Immer ein, immer durch, schauen Sie sich um, aber dein, die mich ehren, ganz bestimmt nicht kunden. Doch alles notiert und verbucht, muss ja sein, warum wird sonst ein Haus durchsucht? Den Kühlschrank auf dem Nachtisch und am Bett, hinter der Waschmaschine oder unterm Bügel. Wenn ich finde, was Sie nicht verstehen, dann erkläre ich es Ihnen, ehe Sie wieder gehen. Gehen Sie rund, gehen Sie durch, gehen Sie ran, kleiner Tipp von mir, fahren Sie unten an. Und dann kostet Werfen und Zeit, kostet Geld, wird ein Haus akkurat auf den Kopf gestellt. Und dann bin ich in der Dusche auf den Klo, im Werkzeuggelder oder unter Madi. Werden Sie nicht fündig, ja was nun? Haben Sie wohl vielleicht ein Stimmchen noch zu tun? Immer zu, immer ran, immer los, ja auch mir ist dies Haus manchmal viel zu groß. Ich vergesse schon mal selbst, wo was liegt, dass Bettina Nervenzusammenbruch kriegt. Wollen Sie Kontoauszüge bitte sehr? Nein, alle sind das nicht und andere gibt's nicht mehr. Nie, was da ist, ist da anderes weg. Und ich weiß auch nichts von dem Versteck. Wenn Sie wollen, Stecker raus, nehmen Sie mit. Kriegt bestimmt einen neuen Rechner von Manfred Party-Schmick. Wenn Sie wollen, bitte sehr, Handy auch. Krone, Volt, gibt mir seins, wenn ich mal eins brauch. Aber wenn ich das irgendwann benutze, auch ein Präsident AD genießt den Datenschutz. Wenn das nicht funktioniert, wie er wenn, na dann langsam meine Schwiegermutter kennt.